Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Ich hoffe, es geht gut an diesem Montag. Evil West Alpha. Das Spiel, was am Anfang war und dann immer geiler wurde. So, die Mission heißt Der Überfall. Bin gespannt. So, gehen wir mal gucken. Boah, fuck, Alter. Der hat einen fucking Chaingun. Noch Fragen? Okay. Aber erst mal wieder die Steuerung reinkriegen. Ich vergesse das ja immer, ne? Selbst wenn ich jetzt morgen weiterspielen würde hier, hätte ich die Steuerung vergessen. Das ist aber auch schlimm. Früher war alles immer gleich und irgendwann hat es angefangen, dass jedes Spiel eine andere Steuerung hat. Das ist schon nervig. So, Gott, mit der Road to 56 Mod. Und werde dauernd gegrigrolled, ehrlich. Also, Rick Astley, ne? Ich bin ja so alt, ähm, als der die Charts, die Charts gestürmt hat damals, war ich schon existent und fand das gut. Es gab ja nicht viel zu der Zeit. Wir hatten ja nichts. Wie es so schön heißt. Ehrlich, ja? Ist die Musik, wenn man das Spiel startet? Das ist ja geil. Hier ist auch ein Alarm, ne? Also, so ein Chatbefehl. Rickroll. Fällt mir gerade ein. Strom. Hammer noch. Ja, super. Sieht ja wieder sehr viel Versprechen aus da unten. Aber das TNT. Falle ich hier jetzt runter. Garantiert. Da geht's doch gar nicht weiter da oben. Das sehe ich doch von hier. Da falle ich jetzt runter. Ne? Hey, hey. Boah. Ich geb hier. Oh, 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 lass mich, lass mich. Boah. Komm. Boah, noch einer. Alter. Soll ich bescheuert. Geh, geh. Oh, diese Strom empfindlich. Das gut. Noch Fragen? Okay. Warte geht's. All die Verbindung ist echt übel, ne? Wenn ich mir das hier so in die Statistik anguck. Warte, 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 warte. Mal gucken, ob der Luke ist. Oder. Oh, das geht. Schießt er einfach auf mich. Oh, ne. Oh, ne. Die sind erstverwundet worden, wenn ich da runtergehe. Und ich gehe mal voll auf den Sack da oben. Italia. Rieser. Mussolini. Woa. Woa. Hier geht's. alter alter hier raus die changen dahin geht mal ein bisschen auf die nüsse ok wow 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 äh 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 das ist ein bisschen eng hier boah ich brauch energy alter ich brauch energy hör auf hör auf hör auf hör auf geh weg alter warte 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 gleich jetzt hey 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 fuck a lot what the hell wo wo chain gun im nacken lass mich wo 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 Oh, Mussolini wirst du absetzen. Aber lauf. Cool. Stufenaufstieg. Wir haben Vorteilspunkt. Was nehmen wir denn da? Da waren wir schon fast komplett aufgerüstet. Gruppenflug. Aufwärtshaken und Einschlag können jetzt mehrere Gegner auf einmal in die Luft befördern. Ja, das klingt doch schon mal sehr nice. Feinschliff. Okay, wir nehmen das. So. Geld ausgeben. Hoppala. Ja, für 3700 kriegen wir aber nix. Also. So gar nix. Soll ich so viel Kohle hernehmen? Habt ihr einen Schuss? Okay. Irgendwas zu looten. Ne. No loot. Strom. Neues Upgrade für die Waffe. Chaingun. Stimmt. Ich hab ja auch eine Chaingun. Hätte ich ganz vergessen. 10800 seid ihr eigentlich. Crank. Ja, wo geht's weiter? Geh mal da rein. Ah. 667 Geld. Das klingt schon wieder nicht gut, ne? Die Schwänzschritte, wo ich da höre. Ah ja, schon wieder die Idioten. Alter. Okay. Das mal eben überlegen. Halt. Beweg dich. Chaingun. Dynamit. Stimmt. Flammenwerfer. Okay. 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 Das Schlimme ist, ich denke da ja nie dran, während ich kämpfe. Oh, und auch noch zwei Dingens. Oh, hier. Ich will einmal demokratisch werden mit dem demokratischen König. Dann erobere ich halb Europa. Dann gründe ich die EU. Und dann erobere ich halb Afrika und Osteuropa und Teile Asiens. Und dann wieder belebe ich das demokratische Römische Reich. Oha. Und also viel Erfolg. Viel Erfolg. Vielleicht kriegst du ja eine bessere EU hin, wie die bisherigen Idioten. Oh ja. Chaingun. Jawoll. So hab ich's gern. Oh ne, nicht das viel. Oh. Ohoho. Äh. Wo bist du? Alter, ihr habt einen Schuss. Schnell, 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 schnell. Ah, eine Sau. Und so ein italienischer König. Okay. Klingt schon mal nicht verkehrt. Okay. Oh, Gott. Noch jemand? Oder habt ihr genug? Ihr Loser. Ich brauche mehr Loot. I've taken it. I've taken it. Das sieht nicht nach dem, äh, richtigen Weg aus. Also liegt hier bestimmt Geld. Jawoll. 289. Hier vielleicht noch eine Kiste. Ja, sicher. Oh, da geht's aber weiter, ne? Was wär denn hier gewesen? Auch Geld. Komm. Dann. Hui. Dann müssen wir erstmal hier lang. Ach, wat. So. Gucken wir uns die ganze Schose mal an, hier, ne? Ist das der Kirchturm von Zurück in die Zukunft? Okay. Was haben wir jetzt an Kohle? Ah, ja. A little beat. So, 9, 4, 9, 4. Irgendwo habe ich da was gesehen für die, da, 5, 5. Bitte recht freundlich. Dank des effizienteren Energiemodus hält der Effekt des Lähmungsstabs jetzt 20% länger. Das ist mir eigentlich sowas von egal. Energiezufuhr. Wenn die Abklingzeit von Heilung noch... Ja. Das sind die Sachen, die wir aufrüsten müssen. Die machen Badabum. Okay. Lass mal kurz die Lage checken. Was geht? Nix geht. Da war nix. Oh nein. Oh, wenn da jetzt dieses... Dieses Bienenvieh kommt, ne? Dann wird's aber richtig übel. Dann muss ich die ganzen Gegner hier ignorieren. Um das Bienenvieh tot zu machen. Weil das Bienenvieh macht die Viecher unverwundbar. Oh je. Guck mal, zwei von denen mit Schild. Bisher einer von den... Keine Ahnung. Giganten. Mal gucken. Hallo? Wo ist die Chang'e dann? Ah, da oben, Alter. Was seid ihr denn? Völlig bekloppt. Was seit... What the hell? Oh je. was mich was nicht vielleicht bin ich gleich bin ich tot, gleich bin ich tot, gleich bin ich tot, Alter, gleich bin ich tot, oh Gott, verhaufe ich mich zu schießen, Alter. Verdammt, komm, aah, voll erwischt. Hm, hm, okay. Juhu, ich glaube, wir nehmen gleich mal die Chaingun in die Hand. Hey, ey, ey, ey. Lass mich, lass mich. Warum will ich da keine Dynamit, Alter? Ja. Komm. Alter, ihr Spinner. Hört ihr auf. Alter. Boah, Alter. Hier 돼 ich' ein Schuss, Alter. Oh, oh, oh! Lass mich weg. Oh, nein, 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 nein. Ohhhh... Heute... Schießt Oh, oh Fast den Knopf verwechselt All right Thanks, I need to All right Thanks, I need Jawoll Boah, ich sit drauf Okay Loot irgendwo? Nee Hier merken auch nicht Nee Da auch nicht Ja, dann mal rein hier Äh Komm ich da hin? Hm Schauen wir mal Oh ja, Felicity Ich hab's geahnt Das creepy, kleine, dämonische Mädchen Oh, hier ist noch Ein Aktenkoffer Ja, das meine ich aber auch Loot? Nee, kein Loot Done Ich bin da Wer noch? Scheint eine Bank zu sein, ne? Aber sowas von Ach, hier ist wieder so eine Komische Wand 6080 So Was ist das denn? Da geht's doch vorher Wenn die Abklingzeit von Heilung noch nicht beendet ist Können Zur Heilung verwendet werden Oh Das ist gut Richtig und wichtig So Gucken wir mal, Opfer Die Knotenpunkte finden Das war die 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 Glasscheibe kaputt machen können Oder die Die Dimensionstür Alter Was hab ich hier vor? Ist da hoch Okay Dann machen wir erstmal Das Ding irgendwie Oh Fast Das war der erste Streich Und der zweite Sehe ich hier Oh, hat einen neuen Draht gezogen Oh nein, Alter Batman ist wieder da Und da kommt noch jemand Oh, ihr Idioten wieder Das ist nicht mal gleich zu übertreiben müssen Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Ah! Schaut! Schaut! Ah! Ach! Ah, damn it! Ach! Ach! Ach, ach! Ach, ach! Ach! Ach, ach! oh aber echt Oh, that was painful! Jungen, was hier abgeht wieder! Weg, weg, weg! So, nun zu dir! Durchgerannt! Vorteilspunkt! Was haben wir denn hier noch? Da haben wir noch gar nicht so viel gemacht. Schockereinschlag. Das Problem ist, das sind dann immer irgendwelche Tassenkombinationen, die ich so nicht benutze. Die Gegner per Zufall Schaden zufügen. Oh, hat was? Ah, der Quatsch. Komme ich da dran? Ja. Das Einsammeln eines aufnehmbaren Gegenstands reduziert die Abklingzeit des Lähmungsstabs ein wenig. Den ich eigentlich nie benutze. Gut. Ähm. Pass auf. Wir machen hier. Und gucken mal, was passiert. So. Weiter geht's. Jetzt geht's hier lang. Und hier lang. So. Da liegt Geld. Schon mal gut. Komm ich nicht vorbei. Noch mehr Geld irgendwo? Naja, aber ne Tasche. Natürlich auch mit. Auch wenn uns die Storys nicht interessieren. So. Boom. Smash it. So. Money. 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 Must be funny. In the rich man's world. Da. Direkt ne Abkürzung. Was willst du mehr? Hm. Scheint wohl nur die Kamera runter gefallen zu sein. Nicht ich. Aber Geld reicht nicht. Okay. Boom. Okay. Nein. Ah. Ja. Verstehe. Da kommen wir jetzt ganz vor ein bisschen. Wer ist Bono? Der singt doch bei U2. Magee bis Warne. Dorte, schöne hin? Jürgen? Der側. Sch., Schädel. Hausern. Schädel. Pizza-Tonks? Was sind denn Pizza-Tonks? Achso, italienische Panzer. Hm, hehehehe. Oh, panchang. Whisky Oh, wird er jetzt besoffen? Ah, ne lustig Aber ein krasser Whisky wenn der brennt Verdünnt mit Wasser auch noch Da ist ein Prämier! Der Präsident wird nicht da! Er wird verabschiedet! Mit fast keine Sicherheit! Es verändert nichts! Washington ist zu weit von hier! Du wirst niemals in Zeit machen! Oh, wer kommt denn da? The Brotherhood of Steel? So. Das große Finale. Ich wollte gerade sagen, das müsste doch jetzt die letzte Mission sein. Mahlzeit. Oh, was ist denn das? Klar. Auf einmal wird's zum Rocker. Alter, vier von denen. Seid ihr wahnsinnig. Und die Idioten. Ah. Fast gereicht für alle. Aber halt nur fast. Okay, wenigstens haben wir die anderen Idioten schon mal direkt. Oh, noch einer. Alter, weg hier, weg hier, weg hier. Hey, hey, hey. Nicht von der Seite, Digga. Okay, wenn wir ihn jetzt... Oh, come, 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 come. Okay. Aus der Letzte. Ja, geht doch. Oh, nein, nein, nein. Was denn jetzt? Oh, nee. Drei Batman. Ja, vent. Oh, yeah. Oh, meINT. Auças destin. Oh, meint. Oh, meint. Oh, meint. aber die gehen ja einigermaßen die übertreiben es ja nicht so aber irgendwie sind die stabiler kann das rein weg 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 ja 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 Alter. Ticho, tira. Wow, wow, wow. Oh, Geld. blöd blöd hier weg Okay. Na, Problem mit Feuer, Digga? So, komm, hier gleicher Mann. Boom. So, verstehste? So geht das. Geld. Wie sieht's denn aus, Kohle-technisch? Nicht gut. Okay. Da liegt Geld. Sehr schön. Money. Da liegt Geld. Und da auch. So. Erstmal die Kiste. 450. Tudum. Oh. Wer? Wo? Da. Okay. Da. Okay. Koskel. So. Jahre. Thank you. Deutlich. Juhu! Party! Noch so einer! Oh fuck alter, was kommt denn da wieder? Kack Vogel! Ich geh mal voll auf die Nüsse da! Das ist immer so eng jetzt! Ich hänge, ich hänge! Ich hänge! Lass mich, lass mich, lass mich! Alter! Oh, Feuer mag er nicht! Boah! Alles klar, ich mach's gut! Schön, dass du da warst! Ja! Relativ! Ich bin da selbst sogar ratscht, dass ich hier durch das Spiel gekommen bin, aber es scheint zu funktionieren! Und wenn ich bedenke, dass das der leichteste Schwierigkeitsgrad ist, muss ich glaube ich, wenn wir fertig sind, wegen mal das erste Level auf schwerster Stufe spielen, einfach nur um zu checken, was hier abgeht! da! Stufe 20! Wieder ein Vorteilspunkt! Ja! Hier sind wir erstmal voll, ne? Weil die kriege ich noch nicht! Joa, Dan! Was war das denn? Im Überladungsmodus entstehen Blitze! Achso, ja! Und das war... Das passiert mich eigentlich auch nicht so! Das ganze Blitzgedöns interessiert mich eigentlich gar nicht! So, dann nehme ich doch einfach... Projektile blocken! So! 6500 Piepen! Kriegen wir irgendwas dafür? Oh, guck mal, wir haben das komplett... Ah ne! Fast komplett aufgerüstet! Dank des effizienteren Energiemoduls hält der Effekt des Lehmungsstabs jetzt 20% länger! Ich muss überlegen, welche Dinge ich denn überhaupt wirklich nutze! Die Chaingun! Ein Kraftfeld, das direkt mit dem Auslösemechanismus der Gatling verbunden ist, gewährt vollständige Immunität, während man den Abzug betätigt! Was hier prinzipiell schon mal gar nicht verkehrt ist! Es kostet nur ein Schweinegeld! So! Extra Cross! Brennende Gegner leiden 30% mehr Nahkampfschaden! Ja! Nimm mal das! Ja! Noch irgendwas zu looten hier! Was ich so übersehe in dem ganzen Feuer... Ne! Geräuschkulisse ist aber schon wieder geil, ne? So ein bisschen Dante's Enferno mäßig! Ich bin sehr glücklich, dass du hier bist, um diese große Veränderung zu sehen! también lesen! Und wenn möglich ist der eine große balance! Then Lichita's! Da, da, da.. da, 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 da! Danním! We'll see about that! Ich habe es gedacht, du kleine Zicke. Wasch dich mal. Oh oh. Oh oh. Transformer. E.T. mit Haaren. Oh. Ein bisschen schneller als E.T. Alter. What the hell. Hör doch das Ding. Verdammt. Hehehehe. Alle das Vieh ist aber fies und schnell. Yo. Alter. Gib mir doch eine Chance. Verdammt. So. Warte. Ich glaube mit Feuer brauche ich hier ja gar nicht ankommen. Oh. Das war es. Verdammt knapp. Nimm doch die scheiß Knarre jetzt. Hör doch. Loser. Ja. Warte. Woah woah woah. Hey hey hey. Okay, ausweichend durchhalten. Das ist jetzt meine Taktik. Vor allem das Durchhalten. Puh, Teil 1. Ja, genau. Einfach größer und wilder werden. So habe ich es gern. Geil, wie sich das Vieh bewegt. Geil, ne? Alter! 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 Rhythmus habe ich noch nicht rausgefunden, wenn das Tier anfängt, die drei Striche da zu rennen, wo ich hin ausweichen muss. Schmaul oder was? Komm, komm, komm. Ries ist da, meine ich. Wohin? Wohin? Oh, Gott. Oh. Oh. Alter. Mir. Ein wunderschönen Abend. Boah, wie es hier schon wieder abgeht. Das ist der letzte Endgegner, glaube ich. Oh. Was hat sich loschen? Ja. So, noch eine Verwandlung. Ja, einfach noch größer. Ja, noch die Beulenpest. Oder die... E.T. mit Haaren. Yo. Yo. Yo, yo, yo. Ja, das war painful. Kann ich bestätigen. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Komm, Chaingun. Weg. Hörst du auf? Hör auf, Dinge nach mir zu werfen. Das schadet unsere Beziehung. Haha, voll auf die 12. Wow, 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 wow. Oh, scheiß, Alter. Jetzt bin ich gleich des Todes. Komm, renn. Halt die Klappe. Hey. Komm, nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Aber das ist ja nur der Storymodus. Ohne schwere Kämpfe. Ganz genau. Alter, die sind doch krank. Oh, cool. Ich muss nicht ganz von vorne entkommen. Lauf, lauf, lauf. Oh. Boom. Hat nicht geklappt? Nein. Oh, lauf. Hör auf. So schnell kann man gar nicht zielen. Ja, was haben wir noch? Chaingun. Oh, 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 oh. Puh. Okay. Ich muss Energie. Ich brauche Energie. Da liegt Energie. Da liegt Energie. Da liegt Energie. Schnell. Schnell. Weg. Oh, jetzt wird sie sauer. Oh, fuck, Alter. Die ist sauer. Oh. Oh, schnell, schnell, schnell. Schnell. Oh, oh, oh. Hier, hier, hier. So. High CT. Ja, ja. Ich geh, ich geh. Aha, getroffen. Oh, oh, oh. Ich seh nix. Offenblick. Ehe. Oh, 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 oh. Er hat doch es echten Schaden, Leute. gleich habe ich sie, gleich habe ich sie, vielleicht beruhig dich, beruhig dich komm jetzt aber, das ist eine ex von mir genau die felicitas, oh hier, beim ersten versuch, oh ja, was ist so hübsch, ganz süße geil, da können wir direkt nochmal neu starten mit dem schwersten schwierigkeitsgrad, einfach nur um zu gucken wie es, wie das so ist boah, das war aber schwer, da muss ich mal einen clip machen hier Rudolf, der Rednose-Randier und wie gibt es hier mehr, Montag gut überstanden relativ früh ich war vorhin müde, als ich auf der Couch gesessen habe, dann habe ich mir in den Arsch getreten und habe mir was gekocht also, zwei marinierte Steaks in die Pfanne kroketten in den Backofen und dann schön Malinese drüber bon fortuneus, wie der Spanier sagt und äh, dann war ich so ein bisschen noch tiefer im Loch aber dann ging es wieder, auf einmal Energie Fleisch ja, war voll geil voll geil das war lecker also ich musste die Steaks dort machen, weil die laufen morgen ab und ich bin halt jemand auch wenn noch zu ist, weiß ich dass man die mal locker noch vier Wochen mit dem gleichen Geschmack benutzen kann aber das mache ich halt nicht das mache ich nicht ich weiß auch nicht, ist so ein Tick von mir die Ente the end this is the end my only friend oh die Stimme kenn ich oder nee, aber hört sich an wie hm schlimm viele oh, ist das ein polnisches Studio guck mal die Namen Ente Ente gut, alles gut wie der Koch immer sagt ja, das ist ein Polen Tomasz Obreski Daniel Jalocz Chen Liang nicht unbedingt ein Pole oh, warte mal Christoph Ostrovski so wie das geschrieben wird ist das aber eher ähm äh verdammt Ungarn hm bin mal gespannt das wird ja irgendwo dabei stehen na klar Lukasz Michalcik Patrick Tiszewski das klingt alles polnisch aber ich glaube das geht eher in die Richtung Ungarn ja ne polnische ungarische aber noch nicht mal vernünftige äh äh ne Schlussmusik das ist schade dann können wir das auch überspringen ne neues Spiel plus okay wir gucken nur mal rein beginne einen neuen Spieldurchlauf mit einem Spielstand mit dessen Charakter das Spiel bereits einmal abgeschlossen wurde Fortschritte mit deinem Charakter bleiben erhalten die Geschichte wird jedoch als schwerere aber belohnendere Herausforderung von vorn gestartet du kannst du du kannst alle Geheimnisse die du bei deinem ersten Spieldurchlauf verpasst hast einsammeln darüber hinaus kannst du den Mehrspielermodus direkt ab der ersten Mission genießen und jegliche Tutorials werden deaktiviert Mehrspielermodus Abspann wurde abgespannt genau dann war er entspannt wollte den Abspann auf bin gespannt ich wäre jetzt gerade normal was für Weicheier Böse hier Böse geht das jetzt überhaupt einzustellen? bestimmt ja ok ich habe Angst das ist nicht Amerika also das kennen wir ja schon so kommt her ihr Illusion gespann wie ein Feldbogen ja stell dich so an hattest du den Anfang überhaupt gesehen? ich weiß gar nicht ich meine du warst erst beim zweiten oder dritten Stream dabei bin mir nicht so sicher also eigentlich sind das hier nur Tutorials was glaube ich mal andere Wege Geld oh ja wie ist unser Start ist hier aber wir haben alles wir können voll aufleveln naja Anfang ist verpasst ok ok I like to move it move it ok hier we go noch jemand so war hier weiter unten wo die Kiste war Ah ja da jetzt kommt auch erstmal wieder einer oder zwei 162 Geld genau das finde das behalten oder was nein ok der Ordner ist weg der kommt nicht nochmal das ist weg verdammt he das ist weg 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 oder Ich hab noch kein Gegenkreffer abgefischt. Aber fast hätte ich einen abgefischt. Boah, mit einem Schlag. Viertelze abgezogen wirklich. Okay, okay. Alles klar mir, lögt ihr mal ein. Danke dafür. Nee, auf dem Rückweg ist das hier so wild wird. Okay. Okay. Das ist ja fast, fast leichter. Alles auf leicht. Kann ich jetzt mal behaupten. Oh, oh. Da kommt der erste Urukai. Okay. Oh, ich glaub die sind schneller, ne? Boom. It ain't over till it's over. Ah ja. Das ist das blöde Stück. Ja. 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 Hm. Das geht eigentlich, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ne? Aber ja, das ist das Tutorial-Level. Das wird sicherlich noch ganz anders werden. Das wird sicherlich noch ganz anders werden. So, wo sind sie? Die großen, bösen Jungs. Boah. Alter. Ein Schlag. Dreiviertel Energieleiste weg. Wow, wow, wow. Wow, okay. Wow, okay. Wow, okay. ja also man sollte auf jeden fall wissen was man drücken kann und muss das hat man echt ein problem also zwei treffer man ist weg vom fenster und wie gesagt das ist das tutorial level sprich keine schweren gegner oh Let's dance. Cash in the chash. Dun 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 dun. Waddy. Oh no. aber okay zwei treffer tot ja aber cool ja sicher gewollt ja nur mal reingucken ja 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 ja